Hier präsentieren wir die 5 besten Metalldetektoren-Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Bohr und die Hunderlone Stab pro Metalldetektometer Suchgerät. Dank der wasserdichten Verarbeitung der angemessen großen Suchspulle ergeben sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Der Flachwassersuche können Sie sich mit diesem Gerät daher freudig hingeben, sofern Sie das Display vor einem möglichen Wasserschaden zu schützen wissen. Eine Standard-Kopfhörerbuchse ist bei diesem Gerät vorhanden. Für die erforderlichen Kopfhörer müssen Sie jedoch selbst sorgen. Mit einem Gewicht von gerade einmal 1,09 kg ist der Bohr und die Hunderlone Stab pro Metalldetektor gerade im Vergleich zur Konkurrenz sehr leicht und liegt daher besonders gut in der Hand. Nummer 4. Garrette 1.140.360 Euro Aze. Dank der Doppel-D-Suchspulle kommt der Garrette Euro Aze Metalldetektor besonders leistungsstark daher. Gerade wenn Sie nicht nur nach wertlosem Eisenschrott suchen möchten, ist dieses Metersuchtgerät für Sie womöglich von brennendem Interesse. Immerhin lässt sich der Eisendiskriminierungsbereich mehrstufig verstellen. Somit können Sie wertvolle Fundstücke leichter von umliegenden Eisenteilen unterscheiden. Die Tonunterscheidung funktioniert verlässlich. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer List Nummer 3. Bohr und die Hunderdisch Kuffe 1100 Metalldetektor Der Bohr und die Hunderdisch Kuffe 1100 Metalldetektor eignet sich für Ihre Schatzsuche in bis zu 60 cm Tiefe. Kleinere Objekte, wie zum Beispiel Münzen, können Sie hingegen nur in einer Tiefe von 18 cm aufspüren. Damit gehört der Metersucher zur guten Mittelklasse. Die automatische Bodenbalance ist einer der größten Vorteile, da Sie somit von einer noch effektiveren Suche profitieren können. Auch das Diskriminationssystem funktioniert zuverlässig. Somit haben Sie die Möglichkeit, ungewollte Materialien direkt von der Suche auszuschließen. Drei verschiedene Tonsignale sind Ihnen bei der gezielten, akustischen Identifizierung Ihrer von Objekte behilflich. Nummer 2. Metalldetektor NDI Professionell Metalsuchtgerät Der äußerst empfindliche NDI Professionell Metalldetektor eignet sich für passionierte Profis sowie für blutige Anfänger gleichermaßen. Nutzen Sie den praktischen Allmetallmodus, um die verschiedensten Arten von Metall ausfindig zu machen. Ob Eisen, Zink oder Gold, die Dish-Funktion hilft Ihnen dabei, gezielt zwischen diesen verschiedenen Metallkategorien zu unterscheiden. Somit spüren Sie immer nur genau die Fundstücke auf, nach denen Sie aktuell auf der Suche sind. Und die Nummer 1 unserer Liste. Säben vollautomatische Metalsuchtgerät Metalldetektor Deep Target Der Säben Metalldetektor ist von einer besonders hohen Suchtiefe gekennzeichnet, die passionierte Schatzsucher sehr zu schätzen wissen werden. Auch ein hoher Benutzkomfort spricht für dieses Modell. Schließlich können Sie im Anschluss an das Einschalten des Metalsuchers umgehend loslegen. Dabei haben Sie die Wahl und können zwischen der Pinpoint- und Movesuchmethode auswählen. Lokalisieren Sie Ihre Fundstücke im Handumdrehen bei Münzen ist dies sogar in einer Tiefe von bis zu 25 cm möglich. Bei größeren Metallobjekten beträgt die maximale Suchtiefe sogar fast 2 Meter. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.